Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In meinen Videos rede ich sehr, sehr oft über die Seele, über die Seelenebene, über die materielle Ebene, über die Gegensätze und über das Bewusstsein. Zurzeit entstehen auf dieser Erde unglaublich viele neue, tatsächlich neue Berufe. Und einer der Berufe, die zurzeit auch wie Pilze aus dem Boden schießen, das sind die sogenannten Coaches. Es gibt Coaches jetzt plötzlich für alles, für alles und noch etwas und vor allen Dingen auch ganz viele Coaches, die sich um die Seele kümmern, die auf der Seelenebene unterwegs sind. Oft wird es nicht als Seele und als Seelenebene bezeichnet. Ja, ich weiß auch hier, ihr sagt, ich rede sehr oft über die Seele, aber letztendlich geht es um die Seele. Auch, ich bin gestern, musste ich irgendwo hin und bin durch die Landschaft gefahren und ich habe gesehen, viele, viele Rechtsanwälte nennen sich nicht mehr Rechtsanwalt, sondern haben jetzt tatsächlich auch eine sogenannte Mediatorpraxis hinzugezogen. Ganz viele Menschen machen diese neue Ausbildung als Mediator. Mediator. Es kommt aus dem Englischen. Mediator bedeutet jemand, der versucht zu vermitteln, weil viele Menschen auch und immer mehr Menschen verstehen, dass es nicht funktioniert auf der, nennen wir es mal die harte Ebene, der juristischen Auseinandersetzung vor Gericht, sondern dass man versucht, erst mal mit Hilfe von einer sogenannten Mediation auf der Seelenebene etwas zu lösen, auf der Seelenebene vielleicht zu einer Lösung zu kommen, zu einer Lösung einer Auseinandersetzung zu kommen und zu schauen. Mediation bedeutet natürlich auch immer, gerade wenn ich eine Herausforderung habe, sind da sehr, sehr viele Emotionen damit verbunden. Und Mediation bedeutet immer, dass beide Parteien oder alle Parteien, manchmal sind es auch drei, vier Parteien, dass alle ein bisschen was hinzugeben müssen. Das bedeutet immer Kompromisse. Wir bekommen in diesem Leben niemals alles. Wir wollen alles, aber wir bekommen niemals alles. Das meiste ist ein Kompromiss. Es geht um Kompromisse. Und sogar gute Richter oder Richterinnen. Ich habe einige Richter in meinem Leben kennengelernt, interessanterweise auch wirklich immer nur, fast immer nur, am Anfang, also wirklich, wo es immer noch versucht würde, eine Lösung zu finden. Und manchmal geht es dann auch bei Gericht zu, wie auf einem Jahrmarkt. Ja, wenn wir das noch hinzugeben, sind sie dann zufrieden. Oder sollen wir das machen? Es ist eine Verhandlung. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und das bemerken, das stellen immer mehr Menschen fest, dass tatsächlich nur so unsere Erde funktioniert. Gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen, die auch wirklich seeliche, ja, seeliche Herausforderungen haben. Herausforderungen der Seele, ja, seelisch heißt Seele, nicht mehr und nicht weniger, weil sie nicht mehr klarkommen mit den vielen materiellen Dingen und weil sie, weil wir uns auch alle gemeinsam immer mehr in eine Richtung entwickelt haben, wo wir uns kaum noch um unsere Seele kümmern und fast nur noch um die äußeren Ablenkungen, um die äußeren Dinge. Ich habe gestern was Interessantes gehört. Und zwar habe ich gehört, dass durchschnittlich ein Kind heute mehr als sechs Stunden am Tag mit irgendwelchen Medien verbringt. So, da geht es weiter. Dass durchschnittlich ein Kind mehr als sechs Stunden am Tag, es war gerade das Video gestoppt, mehr als sechs Stunden am Tag mit Medien verbringt. Sechs Stunden am Tag. Manche wahrscheinlich sogar acht. Es ist eine wissenschaftliche Studie. Vielleicht sogar manche zehn. Wenn ich da die Zeit des Schlafens abziehe, von 24 Stunden ziehe ich mal neun Stunden ab und dann die Vorbereitung, Essen, Trinken und so weiter, bleiben 15 Stunden, vielleicht noch ein bisschen Essen, Trinken, Hausaufgaben, Zeit in der Schule, dann bedeutet das, dass fast die gesamte Freizeit Kinder heute mit irgendwelchen Geräten, also entweder iPads, iPhones, Laptops, Fernseher und, und, und verbringen. Das bedeutet, dass ich die Verbindung zur tatsächlichen Seele, dass ich die Verbindung zur Seele zum größten Teil natürlich verloren habe. Ist ganz klar. Kann ja nicht anders sein. Umarmungen, Spiele mit Kindern, die Auseinandersetzung mit anderen Kindern durch die Kommunikation, der Lernprozess auch, der dazugehört, ja, aus der Kommunikation heraus. Kinder lernen im Spiel. Deswegen sind es Kinder, sie spielen, aber jedes Spiel ist gleichzeitig auch ein Lernen. Jedes Spiel bedeutet, da ist einer, ja, der ist immer, der will immer Recht haben. Dann ist einer, der gibt immer nur, der gibt immer nur, der will immer nur, der ist immer nur der Ruhige, ja. Kinder lernen daraus. Sie werden denjenigen, das Kind, welches immer nur Recht haben will und alles haben möchte, vielleicht mal zurechtweisen. Und der andere, der vielleicht immer nur gibt und immer nur ruhig ist und nie etwas, ja, von sich gibt, was er haben möchte, der lernt im Spiel vielleicht auch, dass er sich mal durchsetzen muss. Spielen ist Lernen. Und wenn ich nur als Kind mit diesen Geräten beschäftigt bin, dann lerne ich nichts. Und dann entsteht daraus eine, ja, eine toxische Situation. Eine toxische Situation geht gar nicht anders. Die Perspektive, in der ich mich befinde, das ist immer meine Realität. Wenn ich davon ausgehe, dass die Welt böse ist und negativ und mir nur Böses möchte und ich auch diese Erfahrungen mache, dann werde ich mehr und mehr und mehr und mehr Erfahrungen machen, die mich darin bestätigen. Auch das ist Fakt. Wenn ich auf der negativen Seite mich befinde und ich gucke und sehe und schaue nach den Ereignissen, die mich darin bestätigen, dass ich die arme Socke bin und dass die ganze Welt gegen mich ist und böse ist, dann werde ich nur solche Erfahrungen machen. Fast nur. Und wenn jemand nett ist, dann werde ich, es gibt solche Menschen, die sind in dieser Negativität. Und wenn jemand nett ist, dann denken sie, was steckt dahinter? Warum ist der oder die so nett zu mir? Was wollen die von mir? Ja, es gibt auch Menschen, denen man sagt, hier, bitte, ich möchte dir etwas schenken. Und die sagen, nein, auf gar keinen Fall, etwas geschenkt, nein. Das kennt ihr wahrscheinlich auch selbst. Manchmal sind wir auch so. Wir, jeder von uns, ja, obwohl wir vielleicht auf der positiven Seite sind und positiv Dinge versuchen zu betrachten. Wenn ein fremder Mensch kommt, es ist sogar manchmal eine Masche. Ja, da müssen wir, also es gibt ja immer auch, also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Aber vorsichtig aus der positiven Perspektive heraus. Kennt ihr noch die Zeit, die ist irgendwie, plötzlich ist das ganz weg. Es gab eine Zeit, als in den Großstädten in Deutschland, ich glaube auch in den Niederlanden auch, aber ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern so war, wo Menschen auf der Straße einem eine Rose angeboten haben, ja. Und man hat gedacht, ach, wie lieb, das ist aber nett. Jemand bietet mir, bietet mir eine Rose an. Und dann haben diese Menschen gesagt, hier, ich bekomme aber 10 Euro für diese Rose. Ja, es gab Menschen, die haben das gemacht. Manche haben auch gesagt, sie dürfen etwas spenden. Das finde ich prima, das finde ich absolut in Ordnung. Aber es gab auch Menschen, die haben wirklich gesagt, ich bekomme 10 Euro für diese Rose. Und dann haben wir gesagt, nein, danke, ich brauche die Rose nicht. Und dann gab es wirklich Krach, weil die Menschen gesagt haben, nein, sie haben die Rose jetzt angefasst, jetzt ist es ihre, sie müssen diese jetzt nehmen. Also, ja, klar, wir sind aus diesen Erfahrungen heraus, sind viele von uns auch skeptisch, vorsichtig. Wer gibt mir etwas umsonst? Ja, umsonst etwas bekommen bedeutet ein Geschenk bekommen, ein Geschenk annehmen. Es ist an mir selbst, aus welcher Perspektive heraus ich das Leben betrachte. Aber es ist auch harte Arbeit. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Kinder, als sie klein waren, da haben sie gerne, da fing das gerade an, auch mit Fernsehen und so weiter, eine Stunde am Tag. Ich fand es unglaublich viel. Und ich habe versucht, mit allen Mitteln diese Stunde runterzubringen auf eine halbe Stunde. Ja, um zu sagen, spielt, geht raus, besucht eure Freunde. Ich habe versucht, die Stunde auf eine halbe Stunde runterzubringen, was nicht immer funktioniert hat. Aber ich fand das unglaublich viel. 24 Stunden Tag und Nacht, davon 9 Stunden arbeiten, schlafen. Bleiben 15 Stunden übrig, ja, und dann 8 Stunden arbeiten. Aber die Freizeit, die dann bleibt, ist so wenig. Da fand ich eine Stunde unglaublich viel. Das Bild hat sich total gewandelt. Wir haben uns, und ich hoffe, dass es nicht so weitergeht. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich werde das auch nicht aufhalten können. Ich kann nur in meinem Umfeld, in meiner kleinen Familie, in meiner Welt, kann ich versuchen, dagegen zu setzen. Aber die große ganze Entwicklung, und es gibt immer Veränderung. Veränderung ist Teil unseres Lebens. Vielleicht verändern wir uns jetzt gerade noch mehr in diese Gesellschaft, die, ja, sich zurückzieht, alleine ist, alleine mit den Geräten, in einem kleinen Tiny House sitzt. Keine anderen Menschen braucht nicht einmal eine Beziehung. Aber vielleicht kommt da noch wieder die genau, das genaue Gegenteil. Die andere Richtung, dass wir wieder, ja, aufeinander angewiesen sind und feststellen, dass es nur gemeinsam geht. Diese Veränderung halte ich nicht auf. Aber ich kann aus meinem eigenen Bewusstsein heraus, kann ich gegensteuern und kann ich das hinterfragen. Hinterfragen im Bewusstsein sein und in diesem Bewusstsein sein, dass wirklich, ja, dass wirklich die Seele, die Seele das Allerwichtigste ist, was wir haben. Nichts ist wichtiger als die Seele. Und ganz viele Seelen zur Zeit leiden. Ich will nicht sagen, dass sie krank sind, ja, vielleicht krank jetzt im Augenblick zeitweise, aber viele, viele Seelen leiden. Und das hat nichts, gar nichts mit den äußeren Umständen zu tun. Das wird uns immer eingeredet, ja, durch die vielen Ereignisse der letzten Zeit. Nein, es hat immer etwas mit mir zu tun. Meine Seele kann ich nur retten dadurch, dass ich bei mir selbst anfange und bei mir selbst anfange, etwas zu verändern. Niemals sind es die äußeren Umstände. Ja, klar, die äußeren Umstände sind die Herausforderungen. Aber die Veränderung geht immer aus mir heraus. Und deswegen wünsche ich euch allen einen wunderschönen, traumhaften Tag und danke, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt.